So, hallo und es wird direkt geballert. Ich kann nicht mal einen Satz zu Ende bringen und es wird schon geballert. Ja, ich habe beim letzten Mal vergessen zu speichern und daher sind wir jetzt quasi immer noch in einem Haus drin. Ich musste mir diesen... Oh, hör mal auf zu schießen, du Idiot! Boah, herrgott, ey! Wir sind scheinbar irgendwie Feinde. So, und... Mein Gott, soll ich da jetzt hochgehen und sie alle umbringen, oder was? Nee, ich will das Missionsziel nicht verlassen. Mich nervt das nur manchmal einfach. So, wir waren dabei, uns zu entscheiden und ich habe mich inzwischen entschieden. Und zwar werde ich mich für sie entscheiden, weil ich dann doch sagen würde, die Informationen sind mir etwas wichtiger. Deswegen mal schauen, was kommt. Und hoffentlich hört ihr mit dem scheiß Geschießer auf. Danke. Ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber... Das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also... Pass gut auf. Okay. Ich bin gespannt, ob ich jetzt noch einen anderen Typ anquatschen kann. Wobei, wahrscheinlich nicht. Yay, ich drehe mich. Jage oder werde gejagt. Machtverhältnismission, aber... Wenn du diese Mission... Annimmst... Löhnenst du diese Wals-Mission ab, bist du sicher? Ja, akzeptieren. So, warte mal. Ähm... Ey, das nervt echt lange, dass die immer überall schießen müssen. So, ich guck mal kurz, wie voll meine Taschen sind. Beutetasche... Ja, das passt aber. Wie sieht's mit der Hasht... Was gucken wir noch? Hey, Geldbeutel bräuchten wir. Da bräuchten wir Affen. Beutetasche ist jetzt nicht wirklich nötig. Köderbeutel... Spritzentasche können auch noch Munitionsbeutel eventuell. Aber naja, das ist das Schwermunitionstasche. Okay. So. Nur weil hier ist noch ein Händler, deswegen. Hm, die sieht man nicht ganz so... Schrottig aus, aber ich hab's mir doch anders genügt. Was sind das für Viecher? Ich weiß es nicht, das ist nicht... Gut. Wo muss ich denn da hin? Oh. Da muss ich, glaube ich, boah, da muss ich die ganzen... Ich weiß gar nicht mehr, wann jemand zum letzten Mal etwas Gutes über den Nordteil von Kürat gesagt hat. Ich meine, die ganze Region steht so lange, ich mich zurückerinnern kann unter Pargangskontrolle. Ich hab gehört, dass es dort sogar Gulags für unerwünschte Personen gibt. Was soll das eigentlich heißen? Unerwünscht. Hä? Das ist so ein praktisches Wort. Das kann alles bedeuten von einem, den man einfach nicht mag, bis zum Freiheitskämpfer, der Kürat zu einem besseren Ort machen will. Also ich finde eine Menge Dinge unerwünscht. Kacke ist unerwünscht. Ich wünschte, ich müsste nie kacken, um ehrlich zu sein. Ich meine, das Essen hier ist nicht gut für die Darmbewegung. Was ist noch unerwünscht? Mädels, um zu gereden. Leute mit Buntung. Leute, die den ganzen Tag über ihre Kinder ringen. Der Schwede labert, der viel. Ich hab gerade fast einen Adler überfahren, kann ich auch sagen. Naja, vielleicht kann man das... ...brauchen, so bevor mich der Adler jetzt killt. Ich finde das... Ich finde das Gelaber ja gar nicht so schlimm. Also ich finde, das ist eigentlich ganz... ...noch ganz lustig gemacht. Aber was mich ziemlich... Was mich ziemlich nervt, ist falsch. Aber... Ach du Scheiße, ich fahre gerade komplett falsch. Scheiße. Also hätte ich doch da hochfahren können. Weil hier komme ich wahrscheinlich nirgendswo durch. Alter, wieder umdrehen. Oh, da sind diese Affen. Oh mein Gott. Boah, ich bin da getroffen, wäre ich ein Killer. Da muss da irgendwo noch dieser Pfeil rumliegen. Ach so, illegales Jagen, hm? Ja, schade. Ich dachte, jetzt kriege ich mal hier noch so ein Äpfchen, ne? Habe ich da einen überfahren? Ne. Dachte es. Oh Mann, oh. Ich habe die jetzt aber auch keine Lust, so mega zu jagen. Und daher... Ne, aber wegen dem Radio... ...an sich alles ganz schön und so. Aber was... ...was mich echt stört, ist einfach... ...dass neben seinem Gelaber die ganze Zeit diese verkackte Mucke läuft. ...und ich weiß nicht, mir gefällt die Mucke nicht wirklich, so. Ey. Ah, nice. Haben den Weg wieder gefahren. Oh, come on! So. Oh, nice! Oh, nice! Wobei, vielleicht hole ich mir jetzt nochmal... ...ich weiß nicht. Eigentlich hätte ich mir nochmal Pfeile geholt, aber okay. Ne, lass uns mal. Ein, äh... ...Offel-Opter. Äh. Ah, okay. Äh. Miau! Oh, das ist natürlich echt... ...ziemlich schnieke. Ich frage mich, ob das Ding auch irgendwie... ...Fuel hat, also... ...Benzin. Ähm... ...ja. Oh. Das ist zum Thema Fuel, okay. Ne. Ich glaube, das war zu hoch. Zu dem kommt noch eine bestimmte Höhe. Ich denke mal, es ist die Höhe. Hier ist doch immer ein Fragezeichen. Wo ist denn der nächste Glockentur? Ach, der ist arschweit weg. Ne, das lohnt sich, glaube ich nicht. Wobei, ist ja eigentlich so... ...ja, komm, machen wir den. Vielleicht mit etwas Glück komme ich da auch hoch mit dem Ding. ...jagen... ...jagen wie ein Profi. ...jagen... ...ja... ...ja... ...ing���������� 부분... ...ja... ...ka Die Verwandten sind allein ihre Trittvoll-Parker-Siege. Diese Türme zu manipulieren ist ein schweres Verbrech. Wenn sie jemand bei der Zeit eines Funktors beurteilt, sollten sie sofort den Info-Representanten der Royal Army informieren. Der Parker-Siege alle verleuchten. Oh, das ist das Auto. Lass das Auto! Nicht nachlassen! Ja! Weiter! Aber du! Hilfe! Ich wollte Hilfe! Alter, schießt der echt mit... Dreh doch, du verficktes Ding! Weiter, du! Nein! 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 Ohhh, ok... O-K... Womit schießt der denn? Ach ich kann mich sogar hier drauf heilen, egal... Oh, kann ich da mit Border Killen? Nooo! Oh fuck, ich habe vergessen zu steigen. Ich weiß nicht, wo er vorne ist. Ah, hier. So, jetzt sagen wir mal, damit wir die andere Laufen nehmen können. So, jetzt sagen wir mal, damit wir die andere Laufen nehmen können. Befehl's Verweigerung kann herzliche Konsequenzen nach Sie ziehen. Möge Paganin pflichtlich alle... Möge Paganin pf, wenn die jetzt nicht kommen, dann lande ich... Versuche ich mal auf dem Ding zu landen und das dann... Jetzt haben sie mich auch einmal entdeckt. Ja komm, egal. Versuch's trotzdem. Ach! Ach! Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Hagen müssen wir so, dass da ein Wettbewerb hat. Seine Penäle für die Zukunft des Landes durchdessen gehen für die Vor- und Generationen. Was? 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 Halt deine Phrasen! Nein! Nein! Fuck, ich habe keine Muni mehr. Was habe ich... Was? What the fuck? Ja, gut gelöst. Ja, keine Muni mehr und das in leider zwei Waffen. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich mit dem Bogen schießen, wo ich drei Schuss habe. So... Hm, egal! Egal! Da, wo ist denn jetzt wieder... Ah, hier ist er. Ah, wo ist denn jetzt wieder... Ah, hier ist er. Nein! Nein! Ich wollte einen IT suchen. Ach, den habe ich ja schon durchsucht, wenn nicht. Stimmt ja. Wenn ich Takedown, dann habe ich dann schon... What? 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 Halt deine Phrasen! Oh! 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 Das ist so... Das ist eine tote Schlange. Oh... Drell... 3-0! Ah, leck mich. Den hab ich nicht erwischt. Shit. Ich mag ja einen. Wehe, Adler. Ey, leck mich doch am Arsch. Ich knall dich weg. Ah ja, den hab ich aus dem Auto geschossen. Geldbuddles, was soll? War hier nicht noch so ein Viech? Wo ist es hin? Ah, dann halt nicht. Okay. Leck. Oh, mein Gott. Oh, krass. Snapshot. Normaler Pfeil. Wenn du dich mal fühlst, antworten. Äh, okay. Ich brauche Hilfe. Ich brauche hier wegen Hilfe. Schieß los. Hey Jay, wir haben in deiner Nähe ein paar Pakete verloren. Ich schicke dir die Koordinaten. Du musst diese Pakete unbedingt vor Deplers-Männern finden. Das mach ich. Die Stimme hört sich voll komisch an von einem Typen, finde ich, aber okay. Ja, eigentlich bringt es jetzt nichts, aber ich suche nochmal kurz das Haus. Äh, den Glockenturm hier, weil es... Woaah! Ah nein, es gibt wieder Muni. Das wollte doch ganz anders laufen. What the heck, ich konnte nicht, ich konnte nicht den gänzen. Ich konnte den nicht, ja, mit nem Messer killen. Der hat ordentlich Schaden gemacht. Okay, also kommen die irgendwie wieder, das ist natürlich uncool. Warte, hier steht jetzt noch einer. Ach die Typen, heh, heh. Ja, ich bring das nicht, wollte ich sagen, das jetzt zu durchsuchen, weil, ähm, ich mein Geldbeutel ist voll und so. Vielleicht für die Pistole. Ja, naja, auf jeden Fall 70 Schuss, alter Schwede. Ich kann das Auto reparieren. Wie in BF4. So, hier dann aus wie der Heile, hör auf zu schmollen. Da pisst er wahrscheinlich hin, mein Gott. So, ich geh da trotzdem noch durch. Vielleicht finden wir irgendwas. Ich hab halt voll Geld, ich brauch mal endlich wieder nen Händler. Das ist halt blöd. Oh, Gesundheit, das können wir ja schon. Ähm. Ähm. What? Äh. Ja, man muss ja Sachen ausprobieren, hallo. Scheiße, Alter. Naja. Denken wir mal, es waren keine Feinde. Oh, hier ist noch ein Hunni, yes. Warum wird denn die Musik jetzt so angespannt? Das gefällt mir nicht. Nee, egal. Ich glaub, ich lass das jetzt. Das ist ja... Na wobei. Äh, ich kann das jetzt nicht auch, wenn ich sitze nach. Das funktioniert nicht. Das merk ich nicht. Das merk ich nicht. Ey, ist ja immer das Uniques. Zum Beispiel das Ding, womit ich die... Oh, da ist ein Händler. Wie geil. Geil, geil, geil. So, jetzt können die gehen doch ruhig nochmal kommen, also. Von mir aus. Ich frag mich, ob hier irgendwas drin sein könnte. Oder ob man die nur so lange weiter zerstört. Oh, der Adler. Du killst mir meine Händler jetzt nicht weg. Nein, nicht verschwinden! Ja, versteckt dich, ist gut. Ich hab den gerettet, hallo? Habt ihr das nicht gesehen? Er hat halt den sicher gekillt. Oh, mach das vollkehre, dass überall gerade Fahrzeuge rumdaddeln. Scheiße, jetzt bin ich wieder runtergefahren. Ach komm man! Maus! Hau mal bloß jetzt nicht ab. Ja, wir sind ja auch noch ziemlich im Feind-Territorium, deswegen kann ich das auch verstehen. Hier fahren aber echt nur Kollegen scheinbar noch. Ja, hier ist aber nichts. Okay. Boah, der wusste, er will sich bedanken, wenn ich ihn gerettet hab von dem Adler. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich hab irgendwie Schrott dabei. Schnell verkaufen. Alle unnutzbaren Gegenstände verkaufen. Na, perfekt rotes Blatt. Okay. Aber okay, das wusste ich gar nicht. Fail. Hab ich nicht gesehen. Nein. Guck mal, ob wir irgendwas kaufen. Weil wir haben einfach... Ja... Wir haben immer zu viel Geld. Ich muss was auch... Ich... Ich hab zu viel Geld, das hört sich so behindert an. Ich muss was verkaufen. Predator Wars. Hier sind wir mit einzigartigen Waffen. Eine Pistole wäre nicht, nicht, nicht schlecht. Ich würde die gerne sehen. Nein, Mann. Ne, die sind nicht so gut. Canon sieht ganz geil aus. Die auch. Aber egal. Gucken wir nochmal mit normalen Waffen. Können wir hier irgendwas kaufen? Uh. Sehr schön. Scharfschützen. Ne, gut, das... So. Das brauche ich nicht. RPG wäre vielleicht nicht schlecht. Aber na. Was haben wir hier noch? Ich finde die Waffe eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, ich werde die trotzdem überall... Nein, ich glaube, ich warte mal hier auf die Farmers oder so. Dann werde die überall. Ich mag die ganz gerne, also... Gefällt mir ganz gut, das Ding. Es ist, äh... Ich finde, es sieht auch ganz gut und geil aus. Aber es ist halt... Ich weiß gar nicht... Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Kann ich denn da gerade nicht aufnehmen was mit Waffen-SS oder sowas? Ist also schon etwas alt. So, ja. Nehmen wir die Skorpion wieder rein. Kann man die anpassen? Nein. Ja, dann würde ich sagen... Kaufen wir uns vielleicht noch irgendwas einzigartiges. Wir haben immer noch genügend Geld. Irgendwas, was wir auch frei haben. Bull... Das sieht doch... Stronk aus. Ja, hier haben wir, glaube ich, eigentlich nichts freiges. Ist es Stormer? Ist Stormer? Hä? Ach so, das ist aber nur fertig mit Aufsätzen. Na ne, dann komme ich jetzt nicht. Das beruhige ich jetzt auch nicht. Dann komme ich jetzt aber... Ich komme jetzt aber die Waffen, alter WTF. Ich will die sofort kaufen. Aber die sieht gar nicht so schön aus. Kann ich die... Ja, die kann ich, glaube ich, nicht als Pistol benutzen, oder? Ne, keine Seitenwaffe. So, dann kaufen wir die noch. Das... Dragon... Ne, es ist... Ne, ne, ne. Es war da anders. Komm, hier gibt es auch noch Dragunov. Können wir noch was kaufen? RPG. Jo. Also mache ich mir... Also als nächstes denke ich mal an den nächsten Waffengurt, damit ich da... letztendlich da noch so ein schweres Ding reinnehmen kann. Im Gist bin ich ja eigentlich nicht so DER Fan von. So, jetzt habe ich auch alles. Was denn? Beende mehr Kampagnen-Mission. Wie geil ist das denn? Mehr Kampagnen-Mission. Diese... Genauigkeit. Stets ein guter Kunde. Ja, vielen Dank, vielen Dank. So, weiter geht's. Ich nehme mal nicht den kaputten, ich nehme den heilen. Da kann ich mal nicht mal shocks machen. Die Dinger sind geil. Mömmmmmm. Mömmmm... Mömmmmmmmmmm... Gucken ob ich die Silent Killen kann. Genau ein Takedown konnte ich nicht machen. Ah, come on. 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 Ah, come on.